Da vorne ist eine Deichsel dran, ich zeige es mal gerade. Da ist sie und wir haben ein extrem schmales Haus, fix und fertig und sind in Flensburg. Es ist ein typisches Tiny House, es ist auf Rädern, es kann bewegt werden, es kann mit jedem Auto mit einer Zuglast von 3,5 Tonnen transportiert werden. Ihr habt mir eins versprochen, das ist wirklich so gut isoliert, außen. Das ist keine Feuchtigkeit, die irgendwie da ist, die ist außen drauf gewesen. Und wenn du jetzt hier reingehst, dann siehst du direkt, ihr habt jeden Millimeter genutzt. Ja, genau, das siehst du. Sowohl mit Deko als auch tatsächlich mit einer richtigen Küche. Also wir versuchen ja beides miteinander zu verbinden, dass wir Qualität gepackt mit dem Design in diesem Haus und auch in den anderen Häusern umsetzen. Das Modell heißt Elsass, korrekt? Elsass. 59.900 Euro. Den kompletten Film kostenlos jetzt sehen? Jetzt auf German Television und klicke einfach auf den Link in der Videobeschreibung.